Die Welt steht unter Schock. Guten Tag, meine Damen und Herren, bei Ihren BYL News zur vollen Stunde. Die schockierende Nachricht der plötzlichen Herztode von namhaften Politikern versetzt die Welt in einen Ausnahmezustand. Aus noch unbestätigten Angaben des Vatikans traf sich dieses Wochenende die politische Führungsebene auf einem noch unbekannten Geheimstützpunkt. Dabei kam es zu einem Massensterben der rankhöchsten Politiker durch plötzlichen Herztod. Angeblich handelt es sich um einen Gedankenvirus, der durch Missachtung der Menschenrechte plötzlich aktiviert wurde und sich im Herzraum einnistete. Durch das Aussprechen menschenunwürdiger Aussagen trat unvermittelt der Herztod ein. Eine Übertragung vollzieht sich aus jetzigen Angaben in Bruchteilen von Sekunden durch Vernetzung bei niederschwingenden Individuen. Höchste Alarmstufe und Vorsicht ist geboten. Die Bevölkerung wird nun aufgefordert, sich unverzüglich in Meditationsräume zurückzuziehen und sich weitgehend vom Niederschwingenden zu lösen bzw. jeglichen Kontakt zu vermeiden. Weitere Anweisungen des Höheren Selbst sind auf der Frequenz Alpha 8 bis 13 Hertz zu empfangen. Demzufolge geschah es bereits in Rom, Amsterdam und London, wo die Menschen zielstrebig Schritte zu ihrer wahren Berufung einleiteten. Ein Massen händereichen Hilfe anbieten bricht wie ein Lauffeuer über die Menschheit aus. Laut Angaben der Neuberufenen befugten Führungspersönlichkeiten werden durch die Politpandemie laut § MRO 16.1-23 alle bisherigen Gesetze außer Kraft gesetzt, EU-Projekte und andere korrupte Geldzuwendungen gestoppt und durch die Naturgesetze ausnahmslos ersetzt, mit sofortiger Gültigkeit und Rechtswirksamkeit. Die Lösungspläne werden in diesen Minuten zusammengestellt und stehen telepathisch zum Download bereit. Auszüge davon sind lebenserhaltende Nahrungsmittel, Permakultur, Biobauern, Gemüse-, Obst- und Getreidebau, artgerechte Tierhaltung, Wasseraufbereitung, Bodenqualitätserhaltung, Entgiftungstechnik, Körpertherapie, Familienzusammenführung, Gewaltprävention, Naturheilkunde, Intuitions- und Bewusstseinstraining, ganzheitliche Energiemedizin, natürliches Lernen, Selbstwertzentren und ähnliche menschenverbindende Maßnahmen. Eine detaillierte Liste wird allen Interessenten telepathisch zugesandt. In einigen Teilen des Landes werden bereits Lokalitäten, Landsitze und andere Hilfestellungen zur Verfügung gestellt. Diese Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer und man sieht bereits die ersten Auswirkungen der Neuerungen. Menschen versammeln sich bereits auf den dafür vorgesehenen Infopoints. Arbeitssuchende, Obdachlose und andere Hilfsbedürftige werden versorgt. Erziehende, alleinerziehende Mütter und Väter finden Kinder- und Jugendbetreuungsstätten in den umfunktionierten Kirchen. Alleinstehende Menschen tun sich interessensorientiert zusammen. Spontanheilungen, unerklärliche Krankheitsbilder verschwinden. Aktivität und Lebenssinn verbreiten sich explosionsmäßig aus. Ein unglaubliches Doho-Wa-Poho von Lebensfreude und Gesundheit. Minütlich steigt die Geburtenrate. Menschen verlassen die Krankenhäuser und finden Platz in Mehrgenerationenanlagen sowie Gesunderhaltungstempeln. Das friedvolle Miteinander verbreitet sich instantan auf der gesamten Welt. Unglaublich und noch nie Dagewesenes vollzieht sich überall auf den Straßen. Menschen umarmen sich und schreiben Plakate mit Liebe, göttlicher Ordnung und Frieden. Die neueste und größte Sensation ist die verschwundene Sonne, die durch das Symbol der Aurora ersetzt wurde und nun das Licht in einer ganz speziellen Lichtbrechung zum Herzzentrum der Menschen bringt. Intuition und göttliches Schöpferbewusstsein wird sichtlich bei empfangsbereiten Menschen aktiviert. Genaue Aussagen über dieses Mysterium können jedoch erst nach Prüfung der Experten und Quantenphysiker erfolgen. Die Bevölkerung wird nun aufgefordert, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, regelmäßige Meditation zu betreiben und empfangsbereit zu bleiben. Dies waren die Nachrichten zur vollen Stunde von BYL, Ihr Wahrheitssender auf Alpha 8 bis 13. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.